ja hallo wir sind es wieder alex und jonas heute sind wir mal wieder auf tour und zwar in der fränkischen schweiz wie hier zu sehen ist in der nähe von forchheim und zwar im wiesenthal für uns geht es jetzt heute hier hoch auf den bekanntesten berg in der gegend und zwar aufs walberler bleibt dran ich bin von dietzenhof unten am wanderparkplatz losgelaufen durch wird man wenn man durch den wald läuft immer wieder so kleine obstbaumfelder und obstwiesen und die aussicht hier ist natürlich grandios da unten sind wir losgelaufen you can still do well let me remind oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Im Gipfelkreuz da oben geht es jetzt dann hier rüber zur Kapelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir hoffen, die kleine Rundtour hier von 7,5 Kilometern um und aufs Walberla hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut beim nächsten Mal rein. Mal sehen, was wir da für eine Tour machen. Und dann sagen wir noch, Servus, Ciao. Mach's gut, bis bald, Adele. Bis bald, Adele. Ja, woop. Achoo. Hold it, brother, rest my soul, lie down. Lie for a while, you'll hear against the end. And you hear your sister sleep talking, say your hair is long, but not long enough to reach her to me. But you'll be it, someday might be, but you'll walk up here.